Prüfung Leckage Wegeventil Vor jeder Manipulation an der Anlage, respektive am Liftregelventil, sind die Sicherheitsvorschriften und Vorkehrungen zu beachten. Dabei gilt es, sämtliche Hinweise und Angaben der dazugehörenden Dokumentation zu befolgen. Kugelhahn schließen und Hebel entfernen Verlängerungsrohr bis zum Anschlag auf den Hebelstummel der Handpumpe aufschieben, dann ca. 3 cm zurückziehen Kolbenabsinkverhinderung im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen Handpumpenhebel nach unten drücken, bis der Druck komplett abgebaut ist Kolbenabsinkverhinderung im Gegenuhrzeigersinn zurück in die Ausgangsstellung bringen Beim I500 Kugelhahn schließen und Hebel entfernen M3-Schraube am Magnetstecker entfernen Diese in die Öffnung des Notablasshebels einschrauben An M3-Schraube ziehen und gleichzeitig Notablasshebel drücken, bis der Druck komplett abgebaut ist M3-Schraube zurück auf Ausgangsposition am Magnetstecker einschrauben Geeignete Ölauffangschale unter Ventil stellen System muss drucklos sein, Prüfung am Manometer vornehmen Verschlussschraube mit 8 mm Inbusschlüssel lösen Feder entfernen Wegeventil mit Stabmagneten herausziehen Sollte kein Stabmagnet vorhanden sein, Handpumpe langsam betätigen, bis Wegeventil aus Bohrung gedrückt wird Dichtkegel am Wegeventil auf Beschädigung prüfen Ist keine Beschädigung sichtbar, das Wegeventil reinigen und wieder einsetzen Bei Beschädigung ist ein neues Wegeventil zu verwenden Feder und Verschlussschraube fachgerecht montieren Hebel montieren Kugelhahn langsam öffnen Zur Entlüftung des Systems eine Abwärtsfahrt oder mit geschlossenem Kugelhahn für 10 Sekunden eine Rückholfahrt aufwärts ausführen Nach ca. 5 Aufwärts- und Abwärtsfahrten eine erneute Leckageprüfung durchführen Kugelhahn 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 Kugelhahn